In Neuseeland ist Winter, oder? Ja, der Herbst setzt ein, könnte man sagen. Genau. Diplomatische Aktionen Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Kanada umgesetzt. Großartig. Das heißt, liebes Kanada, jetzt können wir kooperative Aktionen, wir können ein Handelsabkommen schließen. Das sorgt nochmal für Investitionspunkte und wir haben ein Handelsabkommen, was zwei Jahre läuft. Und da würde ich sowohl Investitionspunkte als auch Wohlwollen investieren, um 95% Erfolgschance zu haben. Ja, das finde ich gut. Dann machen wir das und danach können wir Kanada in den Block holen. Wenn die mit uns in den Block wollen. Ich bin da ja echt gespannt, wenn Klein-Neuseeland kommt. Wenn Ostrhein hat auch mitgemacht, aber Kanada ist dann doch ein anderer Schlag. Ja. Und Kasek fragt übrigens gerade auch noch, inwieweit denn in dem, also ich übersetze das jetzt mal, ich mache da mal eine Frage draus, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe, ob in dem Spiel auch irgendwelche Katastrophen, Zyklone, Tsunamis, Pandemien, irgendwas, ob das hier auch auftritt. Die volle Palette. Und ich weiß es gar nicht. Ah ja. Ja. Cool. Die volle Palette. Also wir haben, ich mache mal kurz auf Pause, um das zu zeigen, komme ich da draus? Achso, nee, nee, nee. Ich möchte nicht abbrechen. Ich könnte mal hier, wenn ich auf Projekte gehe. Wir haben Ad-Hoc-Projekte, die wir starten können. Wir haben jetzt gerade keinen Slot frei, um die zu starten. Aber hier Naturkatastrophe ist halt, äh, entwickeln und vollziehen sie verschiedene Strategien zur Hilfe für die Opfer von Naturkatastrophen. Das heißt, wenn wir eine, äh, uns eine Naturkatastrophe erlangt, äh, können wir halt die Umweltzerstörung, die durch die Naturkatastrophe war, um drei verringern. Es tankt unser BIP-Wachstum gewaltig. Aber wir haben Ad-Hoc-Maßnahmen, die wir bei Projekten umsetzen können. Naturkatastrophen, Belagerung oder wenn Kriegsrecht, also wenn Krieg kommt. Das heißt, wenn wir diese Mechaniken haben, und ich habe halt auch schon auf einem anderen Spielstand ein bisschen gespielt, es kommen immer mal wieder Ereignisse. Ich wundere mich jetzt auch gerade, dass bisher nichts passiert ist. Ich habe, äh, bei meinem Spielen, äh, ein Land in Europa genommen, nicht Deutschland. Und da sind, da habe ich Spionage gehabt. Da kamen Leute, wir haben einen Spion erwischt, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Und dann wurden zwei verschiedene Blöcke verdächtigt. Äh, und dann musste man dementsprechend auch, also es ist so ein bisschen wie Dilemmata, aber man kriegt ein paar mehr Hinweise. Es ist ganz spannend aufbereitet und ich finde es gerade schade, dass wir, äh, in diese Situation als Neuseeland noch nicht gekommen sind. Aber das wird kommen. Also, ähm, ja, warum ignorieren wir die, die USA als fünftes Auge? Wahrscheinlich, weil wir grün-links versifft sind. Nee, 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 nee. Nee, weil Neuseeland, Australien und Kanada besser zueinander passen. Die USA haben sich ja abgewendet vom Commonwealth. Na, eigentlich dachte ich, war es jetzt gerade einfach nur praktisch, also es war nur praktisch. Wir haben mit Australien angefangen, weil es ein A war. Dann haben wir es mit Großbritannien probiert, die wollten nicht. Warum auch immer. Und dann haben wir gedacht, na, bei Kanada sieht es besser aus. Und dann käme jetzt demnächst die USA. Also, das wäre jetzt schon der nächste Schritt auf der Liste, aber ich wollte erst mal Kanada sicher haben. Ja. So, und jetzt geht es hier los mit dem ersten... Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Ja, nee, ähm, jetzt, äh, niemand interessiert sich für die Kiwis. Entschuldigung. Klar. Wir haben zu tun, den Brexit zu verdorben, ja. Jetzt sind wir, jetzt sind wir bei unserem ersten Dilemma, könnte man sagen. Okay. Und wir haben die Möglichkeit, Moment, ist diese Art der Forschung nicht illegal? Egal, beendet das. Unzufriedenheit der Bevölkerung, minus 3. Kriegstreiber, minus 5. Beziehung zu allen, plus 3. Geben wir ihnen besser, was sie verlangen, sonst lassen sie sich am Ende irgendwelche krummen Dinge einfallen, um ihre Erfindungen zu testen. Geld, minus 250. Militarismus, plus 1. Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland, minus 5. Oder, sie brauchen Testobjekte, nicht wahr? Wieso nehmen sie nicht Gefängnisinsassen oder so? Persönliche Kontrolle, plus 1. Unzufriedenheit, plus 5%. Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland, minus 5. Minus 5 Tage, muss man dabei sagen. Ich, meine kurze Frage in die Runde. Müssten wir erklären, warum wir uns wofür entscheiden? Oder können wir einfach sagen, wir nehmen das eine? Wir gucken nur auf die Parameter und scheren uns nicht um die moralischen Implikationen. Bitte? Ist so eine Möglichkeit, wie wir das jetzt handeln könnten. Und der Chat kriegt hier und da halt dann einfach mal unsere böse Seite zu spüren. Na ja, aber wir wollen ja Diplomaten-Sieger werden. Da fände ich es jetzt ein bisschen blöd, wenn wir Menschenrechte mit Füßen treten würden. Geben wir ihnen besser, was sie verlangen. Hat keinen negativen Einfluss, außer dass wir Militarismus plus 1 kriegen, auf unseren Diplomaten-Sieg. Und unsere Projekte werden schneller umgesetzt. Oh mein Gott. Also übrigens auch schön, Horst hier sagt, wenn wir was Böses machen, müssen wir es nicht begründen. Augenscheinlich müssen wir es begründen, wenn wir nichts Böses tun. Danke, Belana. Ich finde auch, wir können gar nicht böse sein. Wir können maximal konsequent oder inkonsequent sein. Aber wenn wir konsequent sind, fällt hier die Nummer 3 raus. Weil wir können ja nicht einfach Gefängnisinsassen zu irgendwelchen... Also nee. Und bei Nummer 2 geben wir ihnen besser, was sie verlangen. Da fehlt mir jetzt gerade noch so ein bisschen die wissenschaftliche Fundierung davon. Ich hätte da jetzt gerne schon eine Ausarbeitung, damit ich weiß, wofür wir das jetzt hier irgendwie rausgeben. Und ansonsten würde ich grundsätzlich die Frage stellen, warte mal. Ja. Biologische Waffen? Testobjekte? Ist das nicht illegal? Also da wäre ich eigentlich eher bei 1. Ja, also was wir auf jeden Fall bekommen, ist, dass Unzufriedenheit im Land sinkt. Damit kommen wir nochmal tiefer. Das ist super. Kriegstreiber haben wir im Moment 0. Das heißt, wir kriegen da nochmal ein Minus 5 drauf. Und Beziehung zu allen wächst auf Plus 3. Das ist super. Das ist auf jeden Fall... hilft unserer diplomatischen Einstellung. Ja, also insofern, zu unserem Sieg oder zu unserer Idee würde dieses Moment, ist diese Art der Forschung nicht illegal, definitiv passen. Auch zu unserer Zielstellung. Und auch da hat Parsec wieder Recht, indem man einfach Menschengruppen aufteilt und einfach sagt, so nur die einen sind es wert und die anderen sind es nicht. Die Stellaris-Sklaverei, hint, hint. Dann kann man das natürlich machen, aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir eine Demokratie begreifen. Und Neuseeland ist ja, wie gesagt, eine der vollständigsten Demokratien dieser Welt. Also, Moment, ist diese Art der Forschung nicht illegal, beendet das. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von meinem Denken und meinem inneren Kompass bin ich da auch voll für. Und die Beziehung zu allen Plus 3 ist gar nicht schlecht. Für das, was wir vorhaben. Also, nehmen wir das und da ist... So, und jetzt lasse ich die Zeit weiterlaufen und werde mich mal strecken, wie Horstie das gerade durch Ausgabe von Kanalpunkten... Oh, ein gefordertes... Das ist schön. Es vergeht tatsächlich Zeit und es gab kein Ereignis und ich kann mich mal ein bisschen strecken. Und unser BIP-Wachstum ist minus 0,02. So, Aktion Modernisierung der Infrastruktur wurde erfolgreich in der Provinz Danden umgesetzt. So, dann mach ich doch mal kurz auf Pause und wir gucken uns das mal an. Äh, hier... Da... Oh, wir haben... Okay, hier haben wir keine laufende Aktion. Hier haben wir auch keine laufende Aktion. Hier haben wir Umweltschützen ist eine laufende Aktion anscheinend. Und hier haben wir das Festival umgesetzt. Kam da keine Benachrichtigung? Ach nee, das kam kurz vor der Pause, ne? Das Festival. Das hab ich einfach so weggeklickt. Das heißt, hier haben wir Provinzaktionen. In Danden sollten wir wahrscheinlich die Umwelt schützen, wenn ich mir das mal so angucke. Weil wir haben hier Provinzziel Unzufriedenheit 4%, also darauf wird es wachsen. Im Moment haben wir Unzufriedenheit 0. Und wo ist die Umweltzerstörung? 20. Zerstörung. Ja, dann... Jetzt haben wir gerade die Infrastruktur draufgepackt. Jetzt können wir die Umwelt wieder ein bisschen unterstützen. Genau. Äh... Ne, das war wirtschaftliche Aktion. Umweltschützen. So, minus 2. Erhöht ein bisschen die Unzufriedenheit. BEP-Wachstum macht es eigentlich nichts dran. Können wir machen. Okay. Zack. Und hier haben wir auch was. Ne Provinzaktion könnten wir hier machen. Ähm... In... In Christchurch... ...haben wir... ...die geringste... ...Bevölkerung. Nämlich nur 3. Aber ein großes BEP. Ähm... Da hätte ich jetzt gesagt... ...warum machen wir nicht mal... ...Aufnahme von Einwanderern? Oder sozialen Gesetze? Haben wir die Einwanderungsgesetze... ...haben wir die Einwanderungsgesetze uns schon angeguckt... ...in diesen Entwicklungsprojekten? Ne. In den Projekten... ...das war Sozialpolitik. ...Migrationspolitik. Das ist nur zum besseren Verwalten. Achso, das ist... ...dann kommt Bevölkerungswachstum. Und das wäre gar nicht so schlecht... ...vor allem bei auch der... ...index menschlicher Entwicklung steigen. Übrigens auch schön... ...wir sind ja vorhin so ein bisschen drüber gestolpert... ...über Infrastruktur und Umweltschutz... ...und haben darüber diskutiert... ...dass es eigentlich ganz cool wäre... ...wenn wir von vornherein... ...ein nachhaltig orientiertes Investment... ...für Infrastruktur machen könnten. Ging aber nicht. Wir konnten nur Infrastruktur fördern... ...und gleichzeitig Umwelt zerstören... ...oder Umwelt schützen. Und Pasek... ...wir haben gerade einen Test laufen. Wir haben einmal in Wellington... ...die Umwelt geschützt... ...und wollen jetzt die Infrastruktur... ...draufpacken... ...und haben in der anderen Provinz... ...das genau jetzt andersrum gemacht. Ja. Also es funktioniert... ...also es gibt so ein paar Sachen... ...die würden wir uns glaube ich... ...anders wünschen... ...aber da das nicht geht... ...müssen wir uns halt was einfallen lassen... ...dass wir die trotzdem zusammen kriegen. Ja. Was ich hier jetzt machen wollen würde... ...wäre... ...weil ich da gerade... ...wir könnten Sozialgesetze machen... ...das heißt wir rufen das Volk dazu auf... ...in seiner Freizeit... ...ehrenamtliche Arbeit... ...zum Wohle der Staates zu verrichten. ...kostet uns was... ...sorgt dafür... ...dass wir plus 0,01... ...zum BEP bekommen... ...macht aber auf die... ...index menschlicher Entwicklung... ...minus 1... ...aber ich glaube... ...das könnten wir uns jetzt... ...an dieser Stelle leisten... ...wahl es wird hier oben... ...immer weniger... ...und dann machen wir es... ...nur in einer Provinz... ...das würde ich vielleicht... ...einfach mal anstoßen... ...um es auszuprobieren. Wir können es gerne mal ausprobieren... ...ich finde es ganz interessant... ...dass... ...also diese Art der Beschreibung... ...gefällt mir nicht so richtig... ...der Rest erinnert mich so ein bisschen... ...an diesen... ...so Botnik... ...zu DDR-Zeiten... ...wo dann quasi... ...alle... ...aufgerufen waren... ...keine Ahnung... ...zuputzen oder sonst irgendwas... ...und... ...weil in der Beschreibung... ...klingt es ein bisschen... ...als würden staatliche Aufgaben... ...quasi in ehrenamtliche Arbeit... ...verwandt... ...dafür ist ehrenamtliche Arbeit... ...ja aber nicht da... ...was man immer mal wieder... ...dazusagen muss... ...ehrenamtlichkeit... ...ehrenamtliche Arbeit... ...erfolgt ja grundsätzlich freiwillig... ...weil die Leute da Bock drauf haben... ...und weil es ihnen wichtig ist... ...und nicht weil eine staatliche Aufgabe... ...zu erfüllen ist... ...ähm... ...da gibt's Ausnahmeorganisationen... ...bei denen das so ein Stück weit anders ist... ...so mit Feuerwehr... ...weil die auch noch... ...die Daseinsvorsorge mit übernehmen... ...aber hier finde ich einfach... ...die Beschreibung... ...die schreckt mich ein bisschen ab... ...ja okay... ...aber du hast völlig recht... ...um so auszuprobieren... ...warum nicht... ...okay... ...ja... ...dann lass uns mal sozial... ...dann... ...dann machen wir das mal... ...einfach mal testen... ...so und in Wellington haben wir jetzt halt... ...da ist es... ...ääh... ...anscheinend so... ...dass... ...dort... ...ääh... ...Umweltschützen... ...persistent ist... ...dass heißt... ...das ist etwas was... ...da bleibt... ...also ist es wahrscheinlich... ...die Reihenfolge so... ...wie wir vermutet haben... ...Umweltschützende wird die ganze Zeit geschützt... ...und so werden dann quasi... ...permanent... ...die Zerstörung abgebaut... ...dass heißt... ...wir können nicht ins Negative gehen... ...und dann Infrastrukturprojekt machen... ...und dann sind wir auf Null... ...würde ich daraus... ...jetzt schließen... ...ja... ...sehe ich ähnlich... ...also wir können mal gucken... ...wo sind wir... ...mit der Umweltzerstörung... ...Zerstörung ist Null... ...ja... ...wir kommen nicht ins Negative... ...okay... ...das heißt... ...hier machen wir jetzt auch... ...Infrastruktur... ...ja... ...also damit unser Test funktioniert... ...ja... ...ja... ...also beenden wir die aktuelle Aktion... ...in der Provinz... ...genau... ...verwerfen... ...Provinzaktionen... ...wirtschaftliche Aktionen... ...Modernisierung der Infrastruktur... ...jo... ...bestätigen... ...und... ...weiter geht's... ...ja... ...und äh... ...freiwillige Feuerwehr... ...ist bald umgesetzt... ...und da ist unser BIP-Wachs... ...wieder... ...ein wenig nach oben gegangen... ...das ist sehr, sehr schön... ...oh... ...so... ...privates Unternehmen... ...in Schwierigkeiten... ...der Industrie-Gigant... ...hat finanzielle Schwierigkeiten... ...das Unternehmen könnte demnächst... ...bankrott gehen... ...wodurch viele Menschen... ...hier einen Job verlieren würden... ...was sollen wir tun... ...geben wir ein... ...geben wir ihnen... ...ein wenig Geld... ...und warten wir ab... ...ob es ihre Probleme löst... ...Geldeinnahmen... ...minus 10... ...Dauer für 100 Tage... ...AP-Einnahmen... ...minus 10... ...Dauer 100 Tage... ...das ist nicht so schön... ...der freie Markt... ...ist eben ein freier Markt... ...seine unsichtbare Hand... ...wird am Ende vielleicht... ...den Daumen in die Höhe strecken... ...Tja... ...spannend... ...also es ist schön... ...dass es direkt so offen... ...formuliert ist... ...das hat uns ja bei Democracy 4... ...auch immer ein bisschen gestört... ...dass wir immer nur so... ...okay... ...welche Auswirkungen hat das jetzt... ...und hier ist es so... ...ähm... ...geben wir ihnen ein wenig Geld... ...und warten ab... ...ob es ihre Probleme löst... ...und... ...der freie Markt regelt das... ...vielleicht wird er ja... ...Daumen hoch machen... ...ähm... ...ist halt so... ...nicht... ...dass wir jetzt... ...Dinge entscheiden... ...also wir entscheiden zwar etwas... ...aber... ...sagen auch... ...wir wissen nicht... ...was daraus passiert... ...sondern wir müssen es sich... ...so entwickeln lassen... ...finde ich schön... ...dass es so offen formuliert ist... ...ja... ...wir wissen auch wirklich gar nichts... ...über das Unternehmen... ...also wir wissen irgendwie... ...dass da... ...viele Menschen ihren Job verlieren... ...kann mir jemand definieren... ...was viele Menschen sind... ...also wie viele Menschen sind... ...viele Menschen sind 10... ...viele Menschen sind 1000... ...viele Menschen sind eine Million... ...ähm... ...da ich nicht weiß... ...welche Branche das ist... ...weiß ich überhaupt nicht... ...welche... ...weiteren Jobmöglichkeiten... ...diese Menschen denn potenziell haben... ...ich habe keine Ahnung... ...was das für Menschen sind... ...wie der... ...wie der Altersdurchschnitt ist... ...ich weiß nicht in welche... ...also alles was sozusagen... ...in so eine Entscheidung einfließt... ...ob man als Staat Steuergelder... ...in die Hand nimmt... ...um ein privates Unternehmen zu retten... ...all das haben wir nicht... ...weil wir das nicht haben... ...bin ich dafür zu sagen... ...wir geben ihnen ein wenig Geld... ...und warten ab... ...was passiert... ...alles klar... ...und ähm... ...das ist auch ganz spannend... ...Parsek votet auch dafür... ...also falls es hilft... ...hat man dann einen Hebel... ...und er fragt... ...hat auch noch eine andere Frage... ...die mache ich aber... ...nachdem wir die Entscheidung... ...jetzt hier... ...gefällt haben... ...okay... ...passiert nichts... ...aber wahrscheinlich... ...bekommen wir dann später... ...ein... ...ein Ereignis... ...bezüglich des Wirtschaftszweigs... ...des Unternehmens... ...oder was? ...weil das da drüber... ...ähm... ...ob es in dem Spiel... ...auch die Wahl von weniger... ...bekannten Regierungsformen gibt... ...im... ...das Spiel... ...wenn ich das jetzt richtig an... ...korrigiere mich... ...wenn ich das jetzt falsch verstanden habe... ...das Spiel ist so aufgebaut... ...dass man sich einen von über... ...220 Staaten aussuchen kann... ...und... ...das Einzige... ...was sozusagen bekannt ist... ...ist die Skala... ...zwischen... ...in dem Falle jetzt... ...Demokratie und Totalitarismus... ...ja... ...die habe ich ja gerade aufgemacht... ...genau... ...ich bin nach wie vor... ...nicht so wahnsinnig glücklich... ...mit dieser Aufteilung... ...für mich ist es... ...Demokratie auf der einen Seite... ...und Autokratie auf der anderen... ...mit all den Abstufungen... ...bis zu einer vollständigen... ...oder... ...Demokratie... ...oder nur einer halbfunktionalen... ...oder wie auch immer... ...aber mehr eben auch nicht... ...und wenn wir jetzt auf die Regierungsformen gucken... ...ob es ein parlamentarisches System ist... ...ähm... ...wie auch immer... ...das können wir alles nicht sagen... ...wir können... ...wir wissen nur... ...wo der Staat... ...mit dem wir spielen... ...auf diese Demokratie... ...Autoritarismus... ...beziehungsweise in dem Fall... ...Totalitarismus China... ...ja... ...und das sind auch übrigens... ...diese Punkte... ...die wir hier haben... ...das wird zusammengesetzt... ...wir sind jetzt gerade bei... ...sieben... ...ähm... ...und... ...ähm... ...diese... ...wenn man unter 30 liegt... ...dann ist man in der Demokratie... ...und wenn man über 30 kommt... ...ist man im Autoritarismus... ...und wenn man über 60 kommt... ...ist man im Totalitarismus... ...und es gibt drei Werte... ...die das beeinflussen... ...der Interventionismus... ...da sind wir bei 6... ...und wir sinken ab auf 4... ...weil wir Dinge umsetzen... ...ähm... ...persönliche Kontrolle... ...da steigen wir auf 9... ...weil wir einige Sachen gemacht haben... ...anscheinend... ...oder Zielwert... ...aktuell... ...beziehungsweise Zielwert... ...ja... ...wir steigen hier auf 9... ...ähm... ...und Militarismus... ...steigen wir auf 4... ...weil wir Einheiten gebaut haben... ...und wenn diese Sachen... ...ne... ...also persönliche Kontrolle... ...Militarismus... ...und Interventionismus... ...wenn wir direkt eingreifen... ...wenn das... ...das sorgt dafür... ...dass wir dann halt... ...irgendwann aus der Demokratie... ...rauswandern... ...ja... ...genau... ...so... ...diplomatische Aktionen... ...Handelsabkommen... ...wurde erfolgreich... ...mit Kanada umgesetzt... ...und Projekt... ...Bergbauindustrie... ...wurde umgesetzt... ...großartig... ...da machen wir jetzt... ...erst mal Pause... ...so... ...Kanada... ...Hallo Kanada... ...Kanada ist grün... ...Blockaktionen... ...noch 16 Tage... ...dann können wir sie zum Block... ...hinzufügen... ...so... ...das ist super... ...und wir haben... ...einen freien Projektplatz... ...wir könnten... ...Migrationspolitik machen... ...um Bevölkerungswachstum... ...zu steigen... ...und... ...ein... ...E-Mail zu machen... ...wir haben aber noch mehrere Sachen... ...auf der... ...ä... ...auf der Liste... ...Bergbauindustrie... ...haben wir jetzt gerade abgeschlossen... ...ja... ...genau... ...dann kann ich das ja jetzt schon wieder... ...streichen... ...das heißt da... ...oh ja... ...hier oben haben wir... ...Zuwachs in den Sachen... ...wo wir eben noch... ...im Minusbereich waren... ...das ist super... ...ähm... ...ja... ...Migrationspolitik... ...wäre so eine Sache... ...was... ...hier haben wir was... ...und wo wir nicht genug... ...Aktionspunkte für haben... ...so wie es aussieht... ...Okay... ...ich bring mal wieder die... ...Tourismusregionierung... ...die nationale Währung... ...die normative Ethik... ...ins Spiel... ...Tourismus war unter... ...wirtschaftlicher Fokus... ...da haben wir zur Zeit... ...nicht genug... ...Aktionspunkte für... ...für Tourismus... ...Okay... ...Diplomatie... ...normative Ethik... ...hätten wir... ...Glockbeziehungen... ...können auch nicht schaden... ...kostet jetzt auch nicht... ...so viel... ...Nö... ...und was war das dritte... ...was du noch hast? ...die... ...nationale Währung... ...dann würde ich tatsächlich... ...tendieren zu dem... ...ääh... ...zu der Diplomatie... ...der... ...normativen Ethik... ...ja... ...ja gut... ...Okay... ...dann setzen wir es... ...dauert relativ lange... ...ähm... ...ja in dem Spiel... ...Neuseeland hat keine eigene Währung... ...ääh... ...in dem Spiel sind... ...die Tech-Trees... ...für verschiedene Länder... ...verschieden ausgebaut... ...das Spiel ist immer noch... ...in Early Access... ...in einer offenen Beta-Version... ...das muss man... ...wirklich dabei sagen... ...da wird noch Balancing gemacht... ...und das ist auch noch nicht... ...komplett... ...ich finde das auch... ...sehr strange... ...dass wir für Neuseeland... ...die eigene Währung... ...erst erforschen müssen... ...aber so ist es halt... ...also... ...normative Ethik... ...würde ich bestätigen... ...ja... ...dann erforschen wir das... ...und dann sind wir bei... ...öffentliche Diplomatie... ...ist eine Sache... ...die wir brauchen... ...für den diplomatischen... ...die diplomatische... ...Siegesbedingung... ...so... ...fünfzehn Tage... ...dann können wir... ...Kanada fragen... ...ob sie mit in den Blog wollen... ...sozialgesetze wurden erfolgreich... ...in der Provinz Christchurch... ...umgesetzt... ...das ist super... ...schön... ...ähm... ...gucken wir mal rein... ...ob das... ...ja... ...Sozialgesetze... ...bleibt die ganze Zeit erhalten... ...das heißt also... ...der Bruttoinlandsprodukt... ...ähm... ...ähm... ...Produkt Boost... ...ist quasi... ...eine fortlaufende Aktion... ...macht ja auch Sinn... ...Haben wir den Bruttoinlandsprodukt... ...haben wir jetzt den... ...den Boost des Bruttoinlandsprodukts deswegen... ...weil Menschen quasi verpflichtet werden... ...sich freiwillig zu engagieren? ...ja... ...ja... ...was wir auch noch machen... ...was wir auch noch machen könnten wäre... ...wir haben ja hier in Christchurch... ...auch noch einen Bauplatz... ...ja... ...was würdest du da hinbauen wollen? ...eine... ...Touristenzone... ...oh... ...erforderliches Projekt... ...Erholungstourismus... ...haben wir nicht erforscht... ...da brauchen wir glaube ich... ...die Tourismusregulierung davor... ...ja... ...ja... ...bestimmt... ...aber das so zur Tourismusregion auszubauen... ...finde ich auch eigentlich ganz spannend... ...dann könnten wir dort die Migration noch umsetzen... ...und ansetzen? ...ja... ...hm... ...ok wir könnten Farmen hinbauen... ...aber für Tourismus brauchen wir... ...da klicke ich mal drauf... ...Erholungstourismus... ...Erholungstourismus ist genau... ...Tourismusregulierung... ...und dann kommt als nächstes Erholungstourismus... ...wir brauchen dafür relativ viele APs... ...aber das ist ja mal eine Sache... ...in die wir hier investieren können... ...weil... ...tatsächlich so ein Tourismusgebiet... ...gibt uns... ...BP... ...wachstum... ...genau... ...wenn ich mir das so angucke... ...in der weiteren Entwicklung... ...sind wir ja dann irgendwann... ...ähm... ...auch bei alternativen Tourismus... ...und bei ganz anderen Elementen... ...das gefällt mir eigentlich ganz gut... ...ja... ...okay... ...ja... ...ne Hochschule... ...weiß ich nicht... ...ob wir noch eine Hochschule gründen... ...oder ob wir die... ...Bildungsressourcen... ...die wir haben... ...einfach weiterentwickeln... ...ja... ...da kann man auch... ...ähm... ...können und müssen wir auch noch Projekte umsetzen... ...ähm... ...die... ...wo wir jetzt gerade nur... ...schon zwei Sachen machen... ...ä... ...Aktion Umweltschützen... ...wurde erfolgreich in der Projekt... ...ä... ...in der Provinz Dandin... ...umgesetzt... ...und da würde ich jetzt mal kurz... ...reingucken... ...Umweltschützen läuft dort... ...und die Informationen dazu sind... ...ähm... ...genau... ...wir sind jetzt bei 18... ...und die Zerstörung wird von dem Umweltschützen... ...pro Monat quasi... ...dann weiter runtergedreht... ...und wenn wir bei 0 sind... ...gucken wir, was wir dann als nächstes machen... ...genau... ...ja... ...und... ...ja... ...was unsere wirtschaftliche Entwicklung betrifft... ...klar müssen wir aufpassen... ...dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen... ...also der... ...es gab im Chat gerade den Kommentar so... ...ja... ...und jetzt setzt da alles auf Tourismus... ...und dann kommt eine Pandemie... ...und die Touristen bleiben weg... ...ja... ...das ist das Problem beim Wirtschaften... ...wenn man nur einen Wirtschaftszweig hat... ...und der wird einem... ...weggeballert... ...aus welchen Gründen auch immer... ...ä... ...wird es einfach schwierig... ...ja... ...das... ...erlebt glaube ich... ...gerade jeder Selbstständige... ...was da... ...äh... ...wie die Auswirkungen so sind... ...wenn man... ...ein Hauptbein hat... ...was wir jetzt noch machen könnten wäre... ...wir müssen auf... ...Aktionspunkte warten... ...da sind wir ein bisschen niedrig... ...unser Geld sieht aber sehr gut aus... ...das heißt... ...um die Wirtschaft anzukurbeln... ...könnten wir mit dem Steuersatz runtergehen... ...ne... ...wir haben einen... ...Steueranteil am BIP-Wachstum... ...minus 0,09... ...wenn ich jetzt sage mal... ...wir gehen... ...auf weniger Einnahmen runter... ...und schon sind wir mit dem Bruttoinlandsprodukt... ...wieder im Plus... ...ja... ...und die Zufriedenheit steigt... ...also das können wir schon gerne machen... ...solange wir halt unser... ...unser Geld so ein Stück weit im... ...Blick haben, das... ...da sind wir bei plus 3,5 Tausend... ...und wir haben einiges... ...auf Tasche... ...im Gegensatz zu den... ...Aktionspunkten... ...und wir müssen immer Aktionspunkte und... ...also in der Regel immer Aktionspunkte und Geld... ...und Geld sieht bei uns gerade so positiv aus... ...da dachte ich... ...wir könnten mal... ...die Steuern senken... ...ähm... ...und es tut auch was für die Zufriedenheit... ...und es kurbelt die Wirtschaft wieder an... ...also... ...das ist gar nicht schlecht... ...ja... ...und... ...ähm... 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 ...Aktionspunkte werden durch sehr, sehr viele Dinge erzeugt... ...ähm... ...ich kann das mal kurz hier zeigen... ...Aktionspunkte... ...wir nehmen... ...ähm... ...monatliche Aktionspunkte Einnahmen... ...sind 275 im Moment... ...und das wird durch diese Modifikation... ...wir gehen die mal kurz durch... ...Aktionspunkte Basiseinnahmen... ...250... ...Provinzanzahl... ...wir haben 5 Provinzen... ...3 Landprovinzen... ...2 Seeprovinzen... ...plus 100... ...Bevölkerung... ...plus 49... ...wenn unsere Bevölkerung wächst... ...kriegen wir mehr Aktionspunkte... ...AP... ...Unterhaltskosten für unsere Armee... ...minus 17... ...wir haben eine Armee... ...dann... ...Unterhaltskosten... ...für unseren Block... ...da müssen wir 30... ...für investieren... ...AP... ...Kosten für... ...Projektunterhalt... ...für die Sachen... ...die wir alle umgesetzt haben... ...minus 370... ...AP-Unterhaltskosten für Gebäude... ...nur 3... ...ähm... ...wir kriegen durch den Index... ...für menschliche Entwicklung... ...72 obendrauf... ...das heißt... ...wenn wir den hochtreiben... ...gehen auch unsere Aktionspunkte hoch... ...AP-Einnahmen... ...da weiß ich nicht wovon das kommt... ...plus 5%... ...hier diplomatisches Core... ...plus 3%... ...Dienstleistungen... ...plus 15%... ...und... ...Grundschulen... ...plus 5%... ...und das... ...so setzen sich unsere Aktionspunkte zusammen... ...es ist also relativ komplex... ...es ist recht schwer... ...wir... ...grooven uns immer noch ein...